Bruder Avaratius in Episode 2 ist ein beinharter Manager. Ich bin sehr froh, dafür Siegfried Wader beworben zu haben. Du kennst eigentlich, hast deine Hauptrolle schon gespielt in Space Tours. Du weißt eigentlich, wie es bei No Budget Produktionen zugeht. Was hat dir jetzt bewogen, den Wahnsinn noch einmal mitzumachen? Naja, weil es in dem Film sehr stark um Bitsen geht, nehme ich zumindest an, dass die Versorgung mit Essen am Set irgendwie hinhalten wird. Oups! Catering! Es ist gut!